Die FDP will neue Wählerschichten erschließen. Dazu will die neue Generalsekretärin Teuteberg die Partei breiter aufstellen. Zudem soll sie bei ihren politischen Zielen konkreter werden. Spezielle Wohltaten für Ostdeutschland lehnt sie ab. Die neue FDP-Generalsekretärin, Linda Teuteberg, will die Partei personell breiter aufstellen. Um mehr Menschen anzusprechen und zu erreichen, wollen wir selbst vielfältiger werden, sagte sie auf dem Parteitag der Liberalen. Vor allem müssen wir das auch in unserem Reden und Handeln zeigen. Es müsse deutlich gemacht werden, weshalb wir die richtige Partei sind für alle Menschen, ob Hauptschüler oder Doktorhandin, ob Arzt oder Pfleger, ob Gründerin oder arbeitende Mutter, forderte Teuteberg. Hier müssen wir konkret werden. Die Liberalen seien die Partei für alle Menschen, die sich selbst eine bessere Zukunft gestalten wollen. In diesem Zusammenhang mahnte die aus Brandenburg stammende Teuteberg auch einen Feirenumgang mit den Ostdeutschen an. Sonderprogramme für Ostdeutschland, wie andere Parteien sie forderten, seien der falsche Weg. Der Osten brauche keine Mildengaben, sondern das gleiche wie der Rest der Republik, nämlich eine neue Politik. Auch eine Ostquote etwa für Führungsposten in Bundesbehörden, für die linken Politiker plädieren, lehnte Teuteberg ab. Im Herbst stehen in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen an. Sowohl in Teutebergs Heimatland Brandenburg, als auch in Sachsen und Thüringen kämpfen die Liberalen um das Überspringen der 5%-Hürde. Aktuell sind sie in keinem der Landesparlamente vertreten. Teuteberg war auf dem Parteitag mit 92,8% der Stimmen zur neuen Generalsekretärin gewählt worden. Sie folgte auf.